Herzlich willkommen im Schloss Biesdorf, besser gesagt auf einer der Terrassen dieses wunderschönen Gebäudes, dieser Villa, die jetzt schon seit über 150 Jahren hier im Biesdorf, einem Teil Marzahn-Hellersdorfs steht. Das Schloss Biesdorf ist die kommunale Galerie des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf. Wir haben hier ein großes Gebäude mit einer Ausstellungsfläche von circa 700 Quadratmetern, auf denen wir über das Jahr circa sechs wechselnde Ausstellungen zeigen, größtenteils zeitgenössischer Kunst, immer mit Themen zu Politik, Urbanität, sozialen Fragen und so weiter. Was uns in Bezug auf diese Ausstellung besonders macht, auf die Ausstellung Zeitumstellung, ist eine Kooperation mit dem Kunstarchiv Besko. Das Kunstarchiv Besko steht für ein Archiv von DDR-Kunst und mit dieser Institution verbindet uns eine langjährige Kooperation. Wir hatten mehrere Einzelausstellungen, wir hatten kleinere Grafikmappen und in dieser Ausstellung Zeitumstellung steht erstmalig das Kunstarchiv Besko im Fokus des Ausstellungsgeschehens. Die Kooperation mit dem Kunstarchiv Besko ist uns sehr wichtig, weil, wie sicherlich jeder jede bemerkt, die Zeit der DDR und natürlich auch die Kunst der DDR immer wieder im Fokus des Interesses, auch bei vielen Künstlerinnen und Künstlern steht. Für uns ist es natürlich wichtig, zeitgenössische Arbeiten zu zeigen, aber die Entwicklung der Kunst kommt natürlich auch partiell aus der Zeit der DDR und dies zu thematisieren, diese Brüche zu thematisieren, ist uns sehr wichtig und ich denke in dieser Ausstellung, in dieser Ausstellung Zeitumstellung ist es auf eine sehr gute Art gelöst. Es gibt historische Arbeiten aus dem Kunstarchiv sowohl als auch Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler, die auch den Blick zurück wagen oder tätigen und dies aber in die heutige Zeit transportieren, so dass die Ausstellung eine Brücke schlägt zwischen dem, was war und von dem, was ist und trotzdem eine zeitgemäße Aussage zu der Thematik Kunst in der DDR trifft. Wir haben versucht in der Ausstellung neue Dialoge zu eröffnen und dabei zu schauen, was kann uns ein Bestand von Kunst aus der DDR in der heutigen Zeit sagen. Diese Begegnung zeitgenössischer Künstler mit verschiedenen Themen, die auch im Kunstarchiv Besko zu finden sind, ergibt ganz neue Blicke und das war Wunsch für dieses Ausstellungskonzept. Im ersten Raum der Ausstellung begegnen wir jungen Leuten, Leuten, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht mit der DDR in Verbindung bringt. Die Arbeit von Carla Pohl, einer jungen Fotografin aus Berlin, zeigt uns verschiedene Menschen Mitte 30 bis Mitte 40, die der dritten Generation Ost angehören. Der fotografischen Arbeit von Carla Pohl begegnen wir in diesem Raum mit einem Kinderporträt aus dem Bestand im Kunstarchiv Besko. Dieses Kinderporträt von Doris Karas zeigt Detlef Stemmer. Im Grunde steht dieses Kinderporträt nur stellvertretend für Kinder, die heute erwachsen sind und deswegen eben ihre Erinnerungen an die DDR aus Kindertagen in ihrem heutigen Leben betrachten. Das Kunstarchiv Besko wurde zu Beginn der 1990er Jahre gegründet, um Kunst aufzubewahren, die in der DDR meist als Auftragswerk entstanden ist. Es waren die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie der Magistrat von Ost-Berlin als auch die Stiftung Kulturform, die sich damals entschieden, Kunst, die nach dem sogenannten Fundortprinzip ihnen zugeordnet werden konnte, nach Besko zu geben. Es handelte sich dabei um Werke, die in der DDR in den öffentlichen Einrichtungen der sogenannten Massenorganisationen, dazu zählte die Gewerkschaft FDGB oder der Jugendverband oder die Jugendorganisation FDJ, die sich da in den öffentlichen Gebäuden, in den Ferienheimen befanden und nach dem Ende der DDR ihren ursprünglichen Standort verloren hatten. Insgesamt sprechen wir in Besko von 17.000 Werken der bildenden Kunst. Die größte Gruppe sind die Arbeiten auf Papier, dazu gehören druckgrafische Arbeiten, Zeichnungen, Aquarelle, Gouaschen und auch ein kleiner Teil an Fotografie. Es gibt rund 1600 Gemälde verschiedenen Formates, es gibt Skulpturen und auch einige wenige textile Werke. Zu diesen 17.000 Werken der bildenden Kunst kommen etwa 1500 Objekte, die eher dem Kunsthandwerk und dem sogenannten bildnerischen Volksschaffen, also der Leinkunst, zugerechnet werden können. Seit einiger Zeit bemühen wir uns, um diesem besonderen Bestand noch besser gerecht werden zu können, um eine Neukonzeption. Die besteht zum einen darin, dass wir 2019 oder dass das Kunstarchiv 2019 in neue Depoträume ziehen konnte, hinter der Burg Besko und in diesen Räumen ist es möglich, einem breiten Publikum im Rahmen von öffentlichen Führungen diese Kunst oder diesen Kunstbestand näher zu bringen. Zum anderen wird das Kunstarchiv Besko zusammen mit dem Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt in Zukunft sehr eng verbunden sein und damit haben wir die Möglichkeit, sowohl die bildende Kunst, die Alltagskultur als auch die Architektur in Eisenhüttenstadt eben im Zusammenhang betrachten zu können. Und schließlich möchten wir in Zukunft verstärkt mit externen Kuratorinnen und Wissenschaftlern arbeiten, um neue Perspektiven, neue Fragestellungen formulieren zu können. Ein Ergebnis dieser Neuausrichtung ist die Ausstellung und wir freuen uns sehr, dass Elke Neumann sich als externe Kuratorin bereit erklärt hat oder eben auch Interesse daran hatte, sich den Bestand anzuschauen, ihre eigene Auswahl zu treffen und sie hier im Schloss Biesdorf mit zeitgenössischen Positionen in Dialog zu setzen. Das funktioniert sehr oft sehr gut und ist auch ein Schlüssel zu einer neuen Herangehensweise, um sich eben mit Kunst, die in der DDR entstanden ist, auseinanderzusetzen. Ich stehe hier vor Arbeiten der Berliner Künstlerin Barbara Müller-Kagela. Das ist eine Serie mit dem Titel Naherholung, die sie Ende der 70er Jahre gemalt hat und die zum Bestand des Kunstarchivs gehört. Hier im Raum befinden sich auch Arbeiten von ihr, die nach 2010 entstanden sind und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für meine Arbeit und für mein Verständnis, weil sehr viele der Künstlerinnen, deren Werke im Bieschorpestand zu finden sind, haben ja 1990 nicht aufgehört zu malen oder zu arbeiten, sondern sie haben sich weiterentwickelt, haben ihre künstlerische Handschrift weiterentwickelt und sind, wie im Beispiel von Barbara Müller-Kagela zu sehen, trotzdem ihren Sujets treu geblieben. Ein anderes Beispiel hier in der Ausstellung sind die Arbeiten von Michael Hegewald. Dieses Thema Naherholung gibt ja diesem ganzen Ausstellungsraum hier die Überschrift und es finden sich auch noch Arbeiten einer Grafikmappe, die 1981 zur Eröffnung des Berliner Sport- und Erholungszentrums, kurz SEZ, in Ostberlin entstanden sind. Das ist auch nochmal ein sehr guter Verweis auf diesen großen Bestand an Grafikmappen, die sich in Besko befinden und an denen sich auch oft Künstler beteiligt haben, die eher nicht so präsent waren im öffentlichen Bereich. Hier in der Grafikmappe haben wir zum Beispiel ein Blatt von Hans Ticher und auch eines von Harald Metzges, die sich in der Ausstellung sehen können. In diesem Raum begegnen wir 21 verschiedenen Künstlern, die mit ihren Handschriften die Vielfalt der Ostdeutschen zeigen, verschiedene Alltagsgruppen, verschiedene Berufsgruppen, ganz unterschiedliche Ostdeutsche, die dieser homogenen Masse begegnen und uns zeigen, dass die Ostdeutschen viel mehr sind und verschiedene Generationen umfassen, verschiedene Lebenserinnerungen und Erlebnisse und dass man sich immer wieder klar machen sollte, dass es ein Volk gibt, das aus sehr, sehr unterschiedlichen Personen besteht. Diesen eher in ihrer Natur stummen Zeitzeugen in Form von Porträts begegnen wir mit zwei zeitgenössischen Arbeiten, die sich mit Sprache und Sprachlosigkeit beschäftigen. Zum einen die Arbeit von Franzi Höhne, die einem Comic gleich zwei große Sprechblasen in den Raum fallen lässt und verweisen uns eben auf die Frage nach Artikulation in der Öffentlichkeit. Diese großen eher clownesken Figuren liegen einfach im Raum. Ihnen gegenüber steht eine Videoarbeit von Mario Pfeiffer, die sehr unterschiedlichen Personen die Möglichkeit gibt, über ihre Erfahrungen in der Wendezeit zu sprechen und ihre Erlebnisse und ihre auch politischen Ansichten dieser Zeit mitzuteilen. Diese Arbeit umfasst Videomaterial über fünf Stunden, also man kann diesen Leuten sehr lange in ihrer Rede folgen. Man wird sie in der Ausstellung wahrscheinlich nicht komplett konsumieren können, aber es gibt die Möglichkeit zu sehen, wie unterschiedlich die Zeit in dieser Arbeit gesehen wird. Internationalität ist bezogen auf die DDR heute eher selten ein Thema. Dennoch waren Thema wie Völkerfreundschaft und Kontakte mit anderen Ländern in der DDR allseits präsent. Völkerfreundschaft wurde stark propagiert und auch in vielen künstlerischen Werken als Thema verarbeitet. Hier in diesem Raum begegnen uns einerseits Arbeiten aus BESCO, die oft eher in offiziellem Charakter das Thema Völkerfreundschaft berühren, also verschiedene Personen aus verschiedenen Ländern in Freundschaft zusammen darstellen. Andererseits begegnet uns ein Teil der internationalen Realität der DDR, nämlich die Frage der Gastarbeiter bzw. Vertragsarbeiter. Malte Wandel, ein Fotograf und Filmemacher, begegnete in Mosambik verschiedenen Personen, die sich sehr positiv an ihre Zeit in der DDR erinnerten und ihm als Münchner, der eigentlich keinerlei Berührung zur DDR-Geschichte hatte, ihr Bild der DDR in bunten Farben darstellte. Diese Mosambikaner kämpfen bis heute für einen Teil ihres Lohns, der als Rentenzahlung an Mosambik überwiesen wurde und wie man heute weiß oft dazu genutzt wurde, Staatsschulden von Mosambik an die DDR zu tilgen. Also dieses Geld kam nie in Mosambik an und die Vertragsarbeiter sind zwar in ihr Land zurückgekehrt, konnten aber nie auf ihre Rentenzahlungen zurückgreifen. Diese Realität von Internationalität in Bezug auf die DDR wird heute wieder Thema und oder zeigt einem bis heute den Bezug in die Gegenwart. Meine erste Begegnung mit der DDR hatte ich auf meiner Schulreise 1988, natürlich nach West-Berlin in einem Schullandheim im Grunewald, die führte uns dann aber auch über die Friedrichstraße zum Alexanderplatz und ich durfte eine Club-Cola trinken. So, das sind eigentlich so meine Berührungspunkte. Erstmal allerdings habe ich wie gesagt, als ich 2004 nach Berlin gezogen bin, sehr schnell gemerkt, dass ich eigentlich ein Interesse an dem öffentlichen Raum entwickelt habe, was auch unter anderem damit zu tun hat, dass ich kein Atelier mehr besaß zu dem Zeitpunkt und ich einfach den öffentlichen Raum für mich entdeckt habe und eigentlich der interessantere öffentliche Raum war für mich der Ost-Berliner öffentliche Raum, weil dort sehr viele Spuren, Hinterlassenschaften natürlich der DDR zu sehen waren, aber auch noch eine Schicht weiter und zwar Schäden des Zweiten Weltkriegs und so fing ich an, einfach mich für diesen Bereich, den Ostteil der Stadt zu interessieren. Was ist mit den Spuren und Erinnerungen im öffentlichen Raum, an die niemand erinnert und auch augenscheinlich nicht erinnern kann, weil es aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist? Wie zum Beispiel bei diesen Fahnenmasten. Also ich meine, man muss überlegen, die stehen seit 1990 ungenutzt im öffentlichen Raum herum und haben eine ganz komische Anonymität gegenüber, also aus meiner Sicht zumindest, gegenüber Architektur und Denkmälern. Also sie sind erst mal der Funktion beraubt und zweitens auch dem Land beraubt, in dem sie mal standen. Das Interessante, wenn ich das mal kurz noch darlegen darf, ist, dass wir uns gerade so bei vielen Fahnenmassen, aber auch bei Architekturen in so einer Art Wasserscheide zwischen Vergangenheit und Gegenwart befinden. Damit meine ich, dass im Prinzip 30 Jahre nach Ende der DDR viele Dinge in der DDR 30 Jahre existierten, aber auch in der Bundesrepublik, in der wieder vereinten Bundesrepublik. Das ist auch höchst interessant für mich, weil ich ja die Aspekte der Zeitlichkeiten betont habe. Also im Prinzip Dinge aus der Vergangenheit strahlen in die Gegenwart, aber natürlich auch in die Zukunft und definieren darüber natürlich öffentlichen Raum oder auch öffentlichen Diskurs oder einen künstlerischen Diskurs und hoffentlich auch einen gesellschaftlichen Diskurs. Die DDR taucht in Arbeiten von mir auf, vor allem in den Installationen, die ich seit ca. 2001 mache und diese bestehen aus DDR-Schrankwänden, die produziert wurden so eben mittlerweile vor 30 oder noch mehr 40, 50 Jahren, die zu DDR-Zeiten eigentlich im gesamten Land in den Wohnzimmern standen. Diese Möbel bestehen aus Modulen, die sich sozusagen in ganz vielen Kombinationen abbauen, kombinieren lassen. Und für mich war sozusagen so ein initialer Auslöser, dass ich diese Möbel, das war allerdings dann schon im Jahr 2000, massenhaft in einem Humana-Kaufhaus stehen sah. Dort standen die quasi in Straßen und eigentlich wurde mir dort erstmal so ein bisschen im Nachhinein zu sagen, klar, was die Wende oder dieser politische Umbruch eigentlich auch für jeden einzelnen Privathaushalt bedeutet hat. Also natürlich hat das Leben der Leute in jeglicher Hinsicht verändert, also viele Menschen haben die Arbeit verloren und so weiter, aber man hat sich eben privat auch zum Teil komplett neu eingerichtet und das habe ich dort sozusagen in diesen quasi schon fast skulpturalen Straßen gesehen und es seitdem als Material benutzt. Wenn Sie meine Bilder anschauen, dann bin ich eigentlich ein Atmosphäriker, also ich, das muss immer nach Frühling kriegen oder so, ist es kompliziert zu erklären, aber ich habe viel verbunden mit gebauter Landschaft, also mit den Häusern, mit den Bauten, die ich auch jetzt in Italien und in Frankreich sehe, die ich immer neu kombiniere. Die Bilder sind eigentlich immer Erfindung. Es gibt nicht das, was ich male. Die Trixi, die hier hängt nebenbei, das ist der Kopf einer Schülerin, meiner ehemaligen Frau, aber die habe ich der jungen Frau auch gemalt. Also auch das ist eine Erfindung. Man kann hier den Industriehof sehen, auf dem ich arbeitete, da war ein Auftrag, Thema war Arbeit und ich habe früher Werbebau gemacht, Werbebau und da haben wir draußen die Schilder gemalt und die Transparente und die Messeaufsteller für Messe an der ganzen Welt und da bin ich hin und habe bei meinen Jungs, bei meinen alten Kollegen dort gemalt, drei, vier Wochen lang, da ist das Bild entstanden. Also meine Großmutter ist gebürtige Dresdnerin und deswegen war die DDR bei uns in der Familie eigentlich immer ein Thema. Und ich war während der Schulzeit auch in Ost-Berlin. Das war damals bei uns so eine Art kultureller Pflichtbesuch, der aber sehr prägend war. Und ich bin direkt nach der Eröffnung, also 1990 nach Berlin gekommen, habe hier studiert und wir waren die erste Generation, die zusammen studiert hat, also Ost und West. Und ich bin quasi in eine Stadt gekommen, die komplett in einer Veränderung, in einer Transformation war. Ich habe in Friedrichshain in der Mainzer Straße gewohnt, auch in einem gemischten Haus, wo ehemalige DDRler und auch Leute aus Berlin oder aus dem Westen zusammen gewohnt haben. Und das war natürlich sehr prägend. Und dass ich mich mit Plattenbau dann so intensiv beschäftigt habe, kam auch daher, dass ich eigentlich immer in Ost-Berlin gelebt habe und auch viel hier war. Ich meine, die kulturelle Szene war unglaublich lebendig in den 90er Jahren und ich möchte keines dieser Jahre missen. Es war sehr intensiv und sehr spannend und sozusagen die DDR als, ja, in ihren Hinterlassenschaften natürlich allgegenwärtig. Ich meine, ich habe auch Freunde, die in der DDR groß geworden sind. Und insofern ist das ein Thema, das mich eigentlich entfernt bis heute begleitet. Und jetzt eben nach 30 Jahren auch nochmal hier eine Installation mit Plattenbau mache, habe ich eigentlich auch nicht mit gerechnet, aber ist natürlich dem Thema der Ausstellung geschuldet und ist für mich auch insofern jetzt auch nicht passé, weil es immer noch, wie wir es sehen, ein ganz aktuelles Thema ist. Und diese Auseinandersetzung mit Plattenbau war insofern für mich ganz besonders, weil ich ich habe zu Studienzeiten, habe ich mich mit der Plattenbausiedlung Lichtenberg beschäftigt und habe mich sehr wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, analytisch und habe quasi diese Siedlung kartiert, mich mit den ganzen Plattenbautypen beschäftigt, mit der Infrastruktur, mit der baulichen Gestalt, mit dem Stadtraum, aber eben auch mit der ganzen technischen Hintergrund und Konstruktion. Und aus dieser Dokumentation ist dann ein Archiv entstanden, ein Fotoarchiv, aus dem ich bis heute schöpfe und daraus eben auch diese raumgreifenden Installationen entwickle. Und dieses Archiv ist quasi mit den Plattenbaurecherchen und mit meiner Dokumentation entstanden und hat eben jetzt Raum gegriffen mit ganz anderen Räumen in der ganzen Welt, anderen Architekturen, anderen Themen. Aber ich sage auch nochmal, ohne Plattenbau würde es weder das Archiv noch meine Werke, wie sie heute da stehen und sich formieren und in den Raum gehen, gar nicht geben. Also weil mich interessiert natürlich auch immer dieser kulturelle Hintergrund oder gerade diese Dichotomie des Plattenbaus, die oft in Architekturen eingeschrieben ist. Also sozusagen, es gibt immer eine ganz positive Seite, aber eben auch eine problematische Seite und das kommt in ganz vielen Architekturgebäuden zusammen und das ist genau das Spannende daran. Ich finde die Ausstellung im Gesamten sehr spannend und interessant. Zwei Arbeiten, die mich sehr beeindruckt haben und das sind die Arbeiten von Daniel Theiler und Malte Wandel. Viele haben mich berührt und beeindruckt auch. Ein schönes Wochenende, wo eine idealisierte Kleingartenkolonie inmitten eines Waldes. Ich finde es schwierig ein einziges Werk rauszupicken. Ich bin selbst Kleingärtner, deswegen finde ich eigentlich diese Betonung auch auf Gleichförmigkeit und struktureller Maschendrahtzaunziehung extrem interessant. Also jede für sich den Aspekt, also DDR, DDR-Kunst so im Heute und im Gestern. Auch in der Zusammenstellung, aber auch eben im Dialog mit den Werken aus aus dem Archiv Besko, weil das ist einfach ein ganz spannender Dialog, der da entsteht. Zumindest das ganz Zierliche von Doris Kahane, was ich von Ihnen nicht kannte, ganz liebevoll gemalt. Jetzt hier im Zusammenspiel mit den Arbeiten, die sonst auch hängen, besonders bereichernd, also dass da so Aspekte dazukommen, also die jetzt in der Gegenwart auch besonders virulent sind. Also es geht letztendlich auch um Rassismus. Und Held der Arbeit ist nicht nur präsent in der Ausstellung gehängt, sondern auch für mich ein sehr tolles Werk. Und dann eines von einem Maler, der mir gar nicht so nah ist, der Paul Michaelis, diese wunderbare kleine Elbstudie von einem Dampferanlieger. Dort hinten im Raum ist das ein sehr schönes Bild. Da habe ich mich sehr gefreut, weil es überraschend ist, von Paul Michaelis so ein Bild zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020